Wir stellen dir hier das Elektro-Bike Neox Touring B und dem Kinderanhänger Thule vor. Das Neox Elektro-Bike hat einen 500 Watt Akku, das sequentielle 8-Gang-Getriebe und mag den Kinderanhänger Thule mit seinen 2-Kunden-Röbelnets ziehen. Anknopfen wird der Kinderanhänger hinten rechts an der E-Line-Winge des E-Bike Thule-Netz. In unserem Showroom, im Steckbordel, im Motorwerk haben wir alle Modelle im Neox zur Togenfahrt und zum Tessen gegeben. Besuche uns jetzt unter www.motorwerk.ch